Die Kühljacke bietet Motorradfahrern eine Lösung für unangenehme Hitze in der Kombi während Fahrten, indem sie aktiv den Fahrer kühlt. Das innovative Design kombiniert eine umfunktionierte PC-Wasserkühlung mit Peltier-Elementen, gesteuert durch einen integrierten Mikrocontroller, der es dem Fahrer ermöglicht, die Temperatur bequem einzustellen. Das Kühlsystem ist eine Fusion aus der leistungsstarken All-in-One-Wasserkühlung von Corsair, die mit sechs integrierten Peltier-Elementen ausgestattet ist, um den Radiator zu kühlen. Diese Peltier-Elemente werden ihrerseits von den drei Lüftern der Wasserkühlung gekühlt. Durch eine Niedervoltpumpe wird das gekühlte Wasser durch Schläuche geleitet, die geschickt entlang des Körpers verlaufen und so eine optimale Kühlung gewährleisten. Die komfortable Einstellung erfolgt über ein eingenähtes Tastenfeld am rechten Arm. Unsere Entwicklung stieß auf einige Herausforderungen, darunter die Effizienz der Peltier-Elemente, insbesondere in Bezug auf die pulsweiten Modulsteuerung. Auch die Leistung der Pumpe erwies sich als Problem, besonders beim Anlaufverfahren sowie in Bezug auf Vibrationen und Lautstärke. Zusätzlich gestaltete sich die Befestigung des Radiators und der Pumpe an der Jacke als eine knifflige Angelegenheit. All diese Probleme konnten wir bis zum Wettbewerb beheben. Die Technikale Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020